Neugadgets.de Intel und AMD bekommen werden, also beispielsweise den Intel Celeron, einen Intel Core Eye Prozessor oder einen Pentium oder einen AMD E1, E2, A4, A6, A8 oder A10 Prozessor. Also da bekommt ihr auf jeden Fall das, was ihr genau wollt. Verschiedene Farben wird es geben und man kann sich das Gerät dann eben so kaufen, wie man es eben genau benötigt. Es gibt bis zu 8 oder 16 GB Arbeitsspeicher, in der Festplatte bis zu 1 TB wird es geben und die Akkulaufzeit wird bis zu 7 Stunden betragen. Und ich würde noch sagen, wir schauen uns das jetzt mal ein bisschen genauer an. Seht ihr das Display derzeit ein bisschen glossy? Ist das die Touch-Variante? Nein, das ist die nicht-Non-Touch-Variante. Ihr seht, wir haben hier eine Chiclet-Style-Tastatur, groß genug mit Numpad und hier unten dann auch noch ein großes Touch-Pad mit integrierten Maustasten. Von der Verarbeitung her, ja, macht einen guten Eindruck. Hier die rote Variante, vorne mit Webcam natürlich. Das Ganze ist schön dünn, wie ihr sehen könnt. Wir haben hier erstmal auf der rechten Seite den Anschluss für das Netzteil. Einmal ein optisches Laufwerk und zweimal USB. Auf der linken Seite dann ein AGA-Anschluss, Kennsing Keylog, Netzwerkanschluss, HDMI und ein USB-3-Port. Außerdem hier noch ein Kopfhöreranschluss. Vorne ist dann nur ein Kartenleser und die Status-LEDs. Auch hier auf dem Display-Cover haben wir hier so einen, ja, den Style von gebürstetem Aluminium. Ich glaube aber, es ist trotzdem Kunststoff. Macht aber dennoch einen wirklich hochwertigen Eindruck, muss ich sagen. Und so, klöten wir es jetzt mal wieder auf. Was ist hier genau in diesem Notebook drin? Ich habe ja gesagt, es wird verschiedene Konfigurationen geben. Aber dieses Gerät hat eben kein Touch, hat eine Auflösung von 1366 x 768 Pixel. Und wir haben hier natürlich Windows 8.1 drauf. Gehen wir mal PC-Info. Das ist das Gerät mit dem Intel Core i5 4200U mit 2,3 GHz, 4 GB Arbeitsspeicher. Und, ja, wir sehen, ein Gerät, das in wirklich sehr vielen Konfigurationen auf den Markt kommen wird. Mal sehen, in welchen. Preisverfügbarkeit habe ich derzeit noch nicht, aber das findet ihr dann einfach unten in der Videobeschreibung. Dazu werde ich natürlich einen Artikel machen. Klickt ihr dann drauf und findet dann alle Konfigurationen. Und sobald das Gerät dann auch in Deutschland verfügbar ist, könnt ihr eben auch die Preise und Verfügbarkeit unten in der Videobeschreibung nachlesen. Und falls ihr Fragen habt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr sie einfach unten in den Kommentaren stellt. Und ich werde sie einfach und schnell beantworten. Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesem Video hier einen Daumen hochgebt auf YouTube. Das unterstützt mich sehr bei meiner Arbeit. Und, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Und, ja, vielen Dank.